Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Black Friday. Die Angebote purzeln nur so durchs Internet. Ich stelle euch heute hier die Ulanzi TC001 Pixel-Uhr vor. Warum das echt eine Alternative zur Lametric Pixel-Uhr ist, erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Hallo YouTube! Es geht heute um die Ulanzi Pixel-Uhr, die ich hier schon ausgepackt habe. Ich habe euch jetzt mit auf den Desktop schon genommen. Ihr seht hier den Verpackungsinhalt, hier die Pixel-Uhr, eine Bedienungsanleitung und dann befindet sich darin noch ein USB-Kabel zum Aufladen des Akkus. So, kurz nochmal auf der Ulanzi-Webseite vorbeigeguckt. Hier ist heute zum Beispiel Black Friday Sale. Ihr könnt hier nochmal das eine oder andere Schnäppchen vielleicht machen. Ich selbst habe die Pixel-Clock für knapp 50 Euro inklusive Versand aus China bestellt. Hier heute nochmal die Uhr in den Warenkorb gelegt. Da seid ihr bei 40 Euro plus 5 Euro Versand, ca. da sind wir bei 45 Euro für die Pixel-Clock. Warum habe ich die Clock bestellt? Ich suchte was, um meine YouTube-Abonnentenzahlen mir live anzuzeigen. Da fällt dem einen oder anderen ein, es gibt diese Lametric. Die hatte ich auch schon länger im Hinterkopf, aber die war mir mit rund 200 Euro oder im Angebot schon mal bei 160, 170 Euro deutlich zu teuer. Die kann zwar einiges, was die Pixel-Clock für Ulanzi auch kann, kann sicherlich auch mehr, aber nicht für den Preis, habe ich mir gedacht. Insofern habe ich mir dann die Ulanzi bestellt und bin eigentlich nicht enttäuscht worden. Ganz kurz zur Uhr an sich. Das Material ist Plastik, aber trotzdem robust. Hier oben finden sich drei Bedienungsknöpfe. Zum Einschalten hält man die äußeren beiden drei für drei Sekunden gedrückt. Dann geht die Uhr an und ansonsten hier hinten befindet sich noch entsprechend durch USB der Ladeanschluss zum Aufladen der Uhr. Bei vollem Akku gibt der Hersteller an, dass die Uhr ungefähr fünf Stunden hält. So, ganz kurz nochmal auf der Webseite zu den einzelnen Specs. So, ihr seht hier Modell TC001, Farbe weiß. Das Gewicht ist 283 Gramm. Die Größe seht ihr hier. Schnittstelle ist Typ C. Anzahl der Lampen 256, also der Pixel wahrscheinlich. 3,7 Volt Betriebsspannung, Leistung 3 Volt. Der Akku hat eine Kapazität von 4400 mAh. Und das Ladekabel ist ein Meter lang. Dann hier nochmal entsprechende Details. So, hier seht ihr nochmal die entsprechenden einzelnen Funktionen, die man in der App freischalten kann. und ja, Lieferumfang hier nochmal. Die Ersteinrichtung ist relativ einfach und da findet ihr genug, ich sag mal Videos bei YouTube. Da muss man sich mit einem Smartphone auf das WLAN aufschalten. Die Uhr kurz in das WLAN einbinden, das Passwort des eigenen WLANs integrieren und dann über eine IP-Adresse kann man die entsprechenden Einstellungen am Smartphone einstellen. Ich blende euch jetzt mal mein Handy ein und da könnt ihr dann sehen, was ich da mit meine. Ich habe hier die Webseite aufgerufen mit der entsprechenden IP-Adresse der Pixel Clock, die jetzt in meinem WLAN sich eingebunden hat. Und auf der ersten Seite könnt ihr dann von Chinesisch, das ist die Language, das oberste, müsst ihr runterscrollen, auf Englisch einstellen. Dann könnt ihr die Brightness einstellen, also die Helligkeit des Displays, ob das automatisch eingestellt werden soll. Die Schnelligkeit, wie schnell sich da die entsprechenden Anzeigen ändern. Die Zeitzone, das Datumsformat und so weiter. Auf der zweiten Seite könnt ihr dann entsprechend weitere Einstellungen vornehmen. Zeit, also Uhrzeit, das Datum. Wetter habe ich jetzt ausgestellt, was eigentlich irgendwie funktioniert, nur chinesische Orte. Da habe ich jetzt noch nicht so gefunden, dass es in Deutschland geht. Also ich habe die Ulanzi Clock auch noch nicht gebrandet, also nicht mit anderen Firmware versehen. Das geht auch und dann sind durchaus andere Einstellungen möglich. Aber da gibt es auch Videos bei YouTube, die könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr wollt. Also für mich war interessant hier YouTube Fans. Da habe ich entsprechend meine YouTube Daten eingetragen und schon kann ich die Abonnentenzahlen da auf der Uhr ablesen. Das war's zur kurzen Vorstellung der Ulanzi Pixel Clock. Für mich eine echte Alternative zur LaMetric. Hat euch das Video gefallen, dann wie immer liked, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt. Und über ein Abo würde ich mich freuen, so unterstützt ihr meinen Kanal. Ich sage bis auf bald. Euer Sascha. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020